Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die nationale Solarstrategie oder auch PV-Strategie, Photovoltaikstrategie, die im März 2023 vom Bundeswirtschaftsministerium schon mal im ersten Entwurf veröffentlicht wurde. Demnächst dann im Mai einen zweiten Entwurf bekommen wird und daraus schlussendlich werden dann gesetzgeberische Pakete, das Solarpaket 1 und Solarpaket 2, im weiteren Jahresverlauf noch rauskommen. Also schon relativ wichtig für den gesamten erneuerbaren Markt in Deutschland und insbesondere deswegen natürlich auch für die Energiewirtschaft und dementsprechend auch wichtig für uns, deswegen wollen wir uns mal damit beschäftigen. Ich bin im Großen und Ganzen jetzt wieder da, ich hatte jetzt ein bisschen Ruhe, weil mein Kind ist auf die Welt gekommen, ich bin dementsprechend jetzt gerade auch ein bisschen gestresst, ich bin nicht rassiert, aber ich habe mir gedacht, ich mache dieses Video jetzt sofort oder gar nicht, deswegen geht es mal einfach los. Und zwar haben wir hier am 10. März 2023 eine Pressemitteilung beim Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium zum ersten PV-Gipfel. Das war eine Veranstaltung oder schlussendlich auch eine Reihe mit vielen Diskussionen rund um Photovoltaik und wir haben dann hier eben die Veröffentlichung des ersten Entwurfs der Photovoltaik-Strategie. Die ist dann hier auch verlinkt mit einem Text, dann so ein bisschen Erklärungs-Pla-Pla. Und wir sehen auch hier, bis am 24. März können Stellungnahmen zu den Handlungsfeldern abgegeben werden. Denn es gibt dann elf Handlungsfelder, die hier definiert worden sind, die sehr konkret die Solarwirtschaft in Deutschland ankurbeln sollen. Wir haben jetzt in der Zeit auch schon diverse Stellungnahmen im Markt oder in der Presse lesen können. Natürlich ganz klar vom BSW, Bundesverband Solarwirtschaft, der hat da sehr früh sehr viel auch gesagt. Und insgesamt kann man schon sagen, diese Solar-Strategie scheint schon mal ein großer Wurf zu sein und scheint schon mal die Solarwirtschaft in Deutschland deutlich stärker voranzutreiben. Auch den Anteil von PV in unserem Energiemix wird es wahrscheinlich vorantreiben über die nächsten Jahre. Aber natürlich wie immer ist es noch nicht ganz perfekt. Deswegen ist es ja durchaus interessant, was die nächsten zwei Monate bis Mai 2023 noch passiert, bis dann eben beim zweiten PV-Gipfel auch die finalisierte Strategie, der fertige Entwurf, vorgestellt wird und daraus dann eben noch die gesetzgeberischen Prozesse abzuleiten sind mit den beiden Solarpaketen, die dieses Jahr noch kommen sollen. Das erste sogar im Frühjahr. Also wirklich spannend. Ihr habt unter diesem Link hier, wie gesagt, das PDF selbst. Da kann man dann reingehen. Es sind 40 Seiten. Damit kann man durchaus arbeiten. Nach so ein bisschen typischem Deckblatt finden wir dann relativ schnell das Inhaltsverzeichnis. Erstmal mit ein bisschen einleitenden Worten. Dann haben wir die elf Handlungsfelder und dann nochmal einen Ausblick. Wer jetzt wirklich nochmal ganz grob wissen will, was da drin steht, der kann sich hier echt erstens die Zusammenfassung anschauen. Da sind die Handlungsfelder grob skizziert. Wer die Details wissen will, weil er sich zum Beispiel mit Teilen davon sehr genau beschäftigt, meinetwegen Mieterstrom oder Balkonkraftwerke oder Netzanschlüsse, der kann eben dann auch hier weiter reingehen. Da wird dann so ein bisschen die Ausgangssituation, die konkreten Vorhaben und dann eben auch die Erwartungshaltung weiter ausformuliert. Aber ja, so kann man schlussendlich immer reingehen. Wir sehen dann schon hier die Auflistung dieser elf Maßnahmenpakete. Und wir sehen auch hier schon mal die Erwähnung des Solarpakets 1, was dann wie gesagt die Gesetzgebung im Bundestag sein wird. Und wenn wir hier schon mal so schauen, Freiflächenanlagen stärker ausbauen, da soll es auch ein bisschen um Agri-PV gehen, also gerade um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die vielleicht nicht mehr so stark landwirtschaftlich genutzt werden sollen oder können und deswegen vielleicht dort Freiflächen-Solaranlagen so begegnet sein könnten, vielleicht aber auch Solaranlagen aufgeständert auf praktisch nochmal einer Erhöhung. Und darunter könnten eben auch so nicht durch Schatten bedrohte landwirtschaftliche Güter noch angebaut werden, die dementsprechend vielleicht sogar entlang des Klimawandels so ein bisschen Verschattung gebrauchen könnten. Naja, mal gucken. Also da gibt es verschiedene Konzepte. Und Agri-PV ist auf jeden Fall einer der Bereiche, der für Deutschland nochmal eine ganze Menge Potenzial bieten könnte, weil wir ja sehr, sehr viele landwirtschaftliche Flächen auch noch haben. Und es ist durchaus besser, dass wir vielleicht PV drüber bauen, immer noch Lebensmittel darunter anbauen können, als dass wir einfach nur Energiepflanzen dann für Biomasse anbauen. Eine Mischung ist es am Ende und Agri-PV ist nicht uninteressant. Photovoltaik auf dem Dach erleichtern, da geht es dann vor allem auch nochmal um zum Beispiel Kleinanlagen, bei denen Anforderungen erleichtert werden sollen. Wir sehen hier zum Beispiel, die Grenze Direktvermarktungspflicht wird angepasst und die Anforderungen an die Technik vor allem dann wird auch angepasst, um eben Kleinanlagen zum Beispiel zu erleichtern. Wir sehen dann später, hier zum Beispiel auch Erwähnung von Balkonkraftwerken. Hier soll ganz klar das, was schon an vielen Stellen empfohlen wurde, auch ins Gesetz geschrieben werden, nämlich Meldepflichten vereinfachen, den klassischen Schoko-Stecker zulassen und die Leistungsschwelle anheben von den 600 Watt dann vielleicht auf die 800 Watt, die ja schon überall besprochen werden. Mieterstrom und auch andere Eigenverbrauchsmodelle sollen weiter erleichtert werden oder interessanter werden. Netzanschlüsse sollen schneller gehen. Hier also wirklich vor allem Bürokratieabbau. Akzeptanzstärkung, wo wir zum Beispiel eben auch eine Stärkung des Förderprogramms Bürgerenergiegesellschaften sehen werden für eben nicht nur Wind, sondern eben auch Photovoltaik. Ja, steuerrechtliche Anpassungen, um einfach das nochmal lukrativer zu machen für den jeweiligen Betreiber oder Nutznießer. Lieferketten sichern und wettbewerbsfähige europäische Produktion. Finde ich super spannend, weil wir waren ja mit Deutschland mal eines der führenden Länder in Solarproduktion, sind wir offensichtlich nicht mehr. Wir könnten aber zumindest mal wieder den Weg einschlagen, hier eigene starke Produktionsketten aufzubauen. Zumindest in Europa, wenn nicht direkt auch in Deutschland. Fachkräftesicherung, ein mega wichtiges Thema. Also nicht nur, dass Lieferketten problematisch sind, sondern dann natürlich auch, wenn dann mal das Gerät da ist, es auch wirklich aufs Dach oder auf die Freifläche zu bringen, anzuschließen, zu melden, zu warten. Da könnt ihr durchaus noch ein paar Erleichterungen finden. Und das ist dann wiederum eine Verzahnung mit anderen Punkten, wie hier Aktionsplan, Mittelstand und so weiter. Technologieentwicklung voranbringen, also auch hier nochmal Forschung und Entwicklung. Und das passt gerade ganz gut in das achte Energieforschungsprogramm. Da werden wir auch demnächst nochmal drüber sprechen, weil das eben so eine konkrete Weiterentwicklung von Forschungsgeldverteilung ist, die wir hier dann auch demnächst nochmal genauer sehen werden. Und dann schlussendlich auch hier europapolitische Instrumente. Wir wollen also mehr oder weniger eine Rahmenbedingungsverzahlung haben mit zum Beispiel der EU-Strategie für Solarenergie und auch dem Fit for 55-Paket. Davon haben wir bestimmt auch schon gehört. Das sind alles so EU-Strategien oder Richtlinien, die hier eben auch nochmal, ja, am bestenfalls direkt auch mit deutschen Gesetzen verzahnt sind und nicht nur sich grob voneinander ableiten lassen. Und dann steht hier, wie gesagt, auch nochmal der Hinweis auf Solarpaket 1 und 2 und dann, ja, ist eine allgemeine Einleitung mit ein bisschen, ja, Zustandsbeschreibung zu sehen. Hier diese Grafik ist auch mega interessant, weil wir hier sehen, was die Ausbaukorridore so waren nur die Jahre und hier wirklich nicht viel mehr passiert ist, nach diesem starken Anstieg, dieses starke Zurückgehen. Wir erinnern uns, wer hier dann immer so Wirtschaftsminister in Deutschland war und wer das dementsprechend vielleicht auch ein bisschen zu verantworten hat oder auch die Regierungen, die dann jeweils damals verantwortlich waren, dann wieder so ein leichter Anstieg, natürlich nicht anhand ausreichend und dann plötzlich soll es so weitergehen. Das wird spannend, ob wir das erreichen können. Dann haben wir hier nach diesen nochmal kurzen Aufstaffierungen, was so immer dahinter stecken könnte, eben die konkreten Handlungsfelder mit jeweils der Ausgangssituation, mit jeweils den Maßnahmen und den nächsten Schritten und daraus dementsprechend dann das Ergebnisbild, was wir hier erreichen wollen. Ich kann also durchaus empfehlen, dass ihr euch mal konkret, vielleicht im Inhaltsverzeichnis anschaut, welche Themen hier behandelt werden und dann eben das wirklich auch mal durchliest. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, na gut, mich könnte meinetwegen Balkonkraftwerke besonders interessieren, dann kann ich eben auch nochmal reingehen, dann wird hier beschrieben, okay, bisher passiert dort durchaus was, aber es gibt diverse bürokratische Hürden und auch vielleicht technische Herausforderungen, ob das wirklich alles so in Ordnung ist und dann aber eben auch so die Erklärung, ja, wir wollen schon, dass das deutlich wichtiger wird und dann eben hier konkret Maßnahmenbeschreibung, wie könnte man das jetzt hier verbessern, erweitern und so weiter. Auch hier ist dann der Hinweis, wir wollen hier Meldeflächen vereinfachen oder sogar streichen, Schokostecker zulassen, 600 Watt nicht mehr nur als Grenze zulassen, sondern erhöhen, hier wird zum Beispiel von 800 Watt gesprochen, rückwärtsdrehende Zähler dulden, bis dann meinetwegen der Smart Meter drin ist, der das dann sowieso anders abspeichern kann und so weiter. Also, und auch hier eben zum Beispiel die Duldung des Vermieters oder Eigentümers erleichtern, könnte man vielleicht noch sagen, da gibt es verschiedene Rahmenbedingungen, ob so ein Balkonkraftwerk vielleicht sogar das Recht des Mieters sein könnte. Naja, muss man darüber nachdenken, am Ende des Tages wollen wir so viel Solar wie nur möglich in Deutschland haben, weil wir auch jede Menge Potenzial haben und es wäre schon cool, wenn das eben hier bei möglichst jeder Mietwohnung auch einfach möglich wäre. Naja, da wo es baulich geht. So, und dann sehen wir hier eben durchaus ganz konkrete Ideen, die hier vorgeschlagen werden. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Das ist, wie gesagt, aber eben alles eine Photovoltaikstrategie. Das ist also eine Beschreibung von Rahmenbedingungen, Zielbildern und Maßnahmen, also von Ansätzen. Das ist so natürlich noch nicht ein Gesetz oder noch konkret so unmittelbar umzusetzende Vorgabe, sondern das ist eine Beschreibung der Leitplanken, wo wir hinwollen. Und wenn wir das so weiter sich entwickeln sehen, also wenn dieser erste Entwurf der Strategie dann mit den diversen Rückmeldungen, die hier ja bis zum 24. März kommen sollen, dann bis Mai überarbeitet wird. Und wenn da das schlussendlich dann also ein Maßnahmenpaket wird, was sehr, sehr greifbar ist, kann man davon ausgehen, dass natürlich parallel schon diese Solarpakete, diese gesetzgeberischen Prozesse, also vor allem Änderungen des EEGs und Änderungen von diversen baugesetzlichen Verordnungen und Gesetzen, dass die dann schon ausformuliert werden und dann auch durchaus relativ schnell, ich würde dann vermuten, noch im Mai oder Juni, im Bundestag landen werden. Also ist das nicht uninteressant, was hier als allgemeiner Text steht. Das können wir schon ableiten für konkrete gesetzgeberische Ansätze, die dann in den nächsten Monaten auch konkret kommen werden. So, von daher kann ich also wirklich nur empfehlen, hier mal reinzuschauen. Diese 40 Seiten sind jetzt nicht allzu viel, aber gerade wenn man sagt, mich interessieren von diesen 11 Maßnahmen meinetwegen 5, dann sind das halt am Ende 10 Seiten, die ich mir konkret mal durchlesen würde. Und das kann man ja wohl irgendwie noch zeitlich unterkriegen. Und dann schlussendlich, wir haben jetzt die 10, dann haben wir die 11 und schon sind wir dann bei Ausblick. Und auch da nur eine knappe Seite. Nochmal der Hinweis auf diese Konsultation. Stellungnahmen könnten hier hingeschickt werden. Und dann werden wir Solarpaket 1 und 2 noch in diesem Jahr im gesetzgeberischen Prozess sehen. Also nicht uninteressant. Schaut euch gerne mal diese Photovoltaik-Strategie an. Ich kann schlussendlich sagen, wenn ich jetzt nochmal hochgehe in das Inhaltsverzeichnis, dass wir wirklich ein paar der wichtigen Themenfelder auch haben. Freiflächenstärke ausbauen. Es ist durchaus so, dass Freiflächen gerade im sogenannten Außenbereich baurechtlich ja wirklich bisher mit unglaublich vielen Hürden versehen waren. Und es ist überhaupt nur dann lohnt, da wirklich mit immensen bürokratischen Aufwand heranzugehen, wenn man eine wirklich große Anlage projektieren will. Das ist dann wieder widersprüchlich mit dem Ansatz, möglichst dezentral, möglichst überall was zu bauen. Wenn jemand außerhalb eines definierten Gemeindegebietes irgendeine Liegenschaft hat und will da auf eine unbenutzte Wiese einfach eine kleine Freiflächenanlage bauen, dann muss es ja bisher im Zweifel Jahre investieren an Zeit, um da überhaupt hinterher zu kommen. Je nachdem, wie die Bauämter und Co. vor Ort überhaupt besetzt sind und wie affin die zu dem Thema sind. Futterbetrag auf dem Dach ist doch schon ja auf einem guten Weg, aber muss einfacher werden, gerade Kleinanlagen müssen oder kleinere Anlagen müssen noch einfacher werden, damit das einfach die diversen Anreize, die es schon gibt, einfach mit null Hürden versehen sind. Also klar, wichtiges Thema. Mieterstrom und weitere Eigennutzungsansätze, sowieso wichtig, weil das noch so viel Potenzial bietet. Die ganzen Mehrfamilienhäuser, die wenigsten haben Mieterstromkonzepte bisher, weil es in der Vergangenheit auch noch nicht wirklich lukrativ war, ohne EEG-Umlage, mit nochmal erhöhtem Mieterstromzuschlag, ist der geförderte Mieterstrom also durchaus ein lukratives Modell und für auch dann die Nutzer, für die Mieterstromnutzer durchaus ja auch günstig. Von daher, na klar, Balkonkraftwerk ist sowieso ein Thema, was aktuell einen riesigen Hype sieht. Vielleicht auch zu Recht, die sind zwar nur Kleinanlagen, aber die können so ein bisschen Grundverbrauch zu Hause schon mal abdecken. Netzanschlussbeschleunigung. Es ist jetzt nicht immer so das riesige Thema gewesen, dass es lange gedauert hat. Also das EEG war ja schon ein mächtiges Mittel, um zu sagen, hey, lieber Netzbetreiber, meine Solaranlage will jetzt bitte mal ans Netz. Die meisten haben nicht lange gebraucht, aber auch da gilt natürlich Bürokratieabbau, weil es schon nicht für den Laien durchdringbar war, was er machen musste. Also immer der Elektriker übernehmen müssen, dafür natürlich auch nochmal eine Rechnung geschrieben. In Zweifel auch zu Recht, aber weil wir ja nicht genügend Handwerker haben, nicht genügend Fachkräfte haben, die den Bau machen, dann sollen die vielleicht ein bisschen entlastet werden bei der Bürokratie rund um dann die Anmeldung und das Streiten mit dem Netzbetreiber, wenn noch irgendwelche Rückfragen sind. Akzeptanzstärkung, naja, wir werden hier vor allem sicherlich im Rahmen dieser Bürgerenergieförderung sehen, dass die Vergesellschaftlichung oder Genossenschaftlichung vom Ausbau von Solaranlagen ja wirklich Effekte hat. Ich bin da selbst bei einer kleinen Bürgerenergiegenossenschaft beteiligt. Das ist schon immer sehr unverdächtig für die bisher noch nicht so interessierten Leute. Da kommt halt eine Genossenschaft, die besteht aus Bürgern und Bürgerinnen. Also das ist deutlich weniger aufdringlich oder so mit Hintergedanken versehen, wie der klassische kapitalistische Energieversorger oder Startup oder Konzern. Klar. Steuerrecht, klar, Bürokratieabbau. Produktion in Europa, Lieferkettensicherung finde ich mega wichtig, weil wir teilweise in den letzten Monaten ja wirklich ewig warten mussten, bis Teile angekommen sind, weil sie immer aus China kommen mussten. Wir hatten praktisch ja fast gar keine europäische Produktion. Meyerburger ist ja gerade sehr am Ausbau, aber die sind, naja, ich glaube es ist noch Schweiz. Immerhin deutschsprachig, aber trotzdem geht da mehr. Wir waren früher mal so führend. Fachkräftesicherung, immer ein Thema. Technologieentwicklung, immer ein Thema. Gerade jetzt mit dem Energieforschungsprogramm, da machen wir auch nochmal ein Video dazu. Nicht uninteressant. Und dann schlussendlich nochmal so Rahmenbedingungen, politische Instrumente. Also einfach nur dafür sorgen, dass es auch wirklich losgeht, weil ich möchte nochmal erinnern an diese Grafik, die wir hier gesehen hatten. Also um von hier und dorthin zu kommen, also innerhalb der nächsten acht Jahre eine Verdreifachung des aktuellen Ausbaugeschwindigkeits hinzubekommen, das ist nicht ganz so einfach, aber notwendig. Und dementsprechend sind diese Rahmenbedingungen, diese Ziele in dieser PV-Strategie nicht unwichtig. Also, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches habt zu dieser Strategie hier selbst, dann gerne unten schon mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniere den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Jetzt kommen, denke ich, eine ganze Menge Videos zu aktuellen Themen, die sich dann so gesammelt haben. Und ja, dann wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert. Und ja, dann geht's.